Wer muss in die Werkstatt? Ne, das ist jetzt nicht dein Ernst. Möchtest du? Die sind bei dem Meeting übrig geblieben. Ähm, Casual Monday. Du, Richard? Ich, Brigitte. Uh, danke, ich hab keinen Hunger. Was ist das? Hm, Härtchen. Falsch, das ist ein Kündigungsgrund. Mein Gott, das ist doch lächerlich. Wollen Sie mich an der Stelle testen? Und die Dinger werden eh Müll gelandet. Dann entsorgen Sie sie doch. Sie sollten sowieso ein bisschen weniger essen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Das ist ein Kündigungsgrund. Das ist ein Kündigungsgrund. Untertitelung des ZDF, 2020